Leute, bald ist Weihnachten und deswegen, Leute, haben wir für meinen Minecraft-Server iostein.de das Pro-Pack rausgebracht. Und zwar kriegt ihr für meinen Minecraft-Server für immer den Pro-Rang. Dann noch 5 Apollo-Kisten und 2 neue Phönix-Kisten, aus der ihr diese coolen Mounds hier ziehen könnt. Also, Leute, wenn ihr noch was für Weihnachten braucht, dann schlag gerne zu Pro Weihnachten und let's go mit dem Video. Leute, ich habe gerade eine Nachricht von Ente bekommen, dass es dir nicht gut geht oder so. Wo ist der? Ente, du hast auf einmal Kohn, Leute. Ente, was ist los mit dir? Alpha, mir geht's gar nicht gut, Mann. Du hast irgendwas Falsches gegessen, oder was? Ente, ich sehe, du hast, glaube ich, Gift. Also, wir müssen schnell zum Ars. Los, beeil dich, wir müssen losfahren. Ja, warte, warte, warte. Wir haben keine Zeit. Ah, Ente, und springst von da runter. Geht's dir gut, Ente, warum? Nee, Mann, mir geht's gar nicht gut. Mir tut's echt weh, Mann. Du hast die Treppe nehmen können. Warum bist du jetzt hier runtergesprungen? Nein, jetzt hast du vielleicht noch was gebrochen, Ente, ist gar nicht gut. Gut, warte, geht's dein Bein gut? Warte, ich muss testen. Ah, tut dein Wein weh, oder? Au, aua, hey. Nein, Ente, tut's wirklich richtig weh? Nein, du bist richtig schnell zu, Mann. Das geht. Ich warte, ich hole schnell Transport, Ente, und dann fahre ich dich, okay? Bitte, bitte, bring mich jetzt gerade raus. Doch, Ente, wir müssen. Ich muss hier das schnell alles freibauen. Ich muss hier gleich irgendwie rüberkommen. Moment, ich hoffe, ich komme mir mit... Aber ich warte nicht zum Doktor. Ente, du musst. Mir geht das gar nicht gut. Du siehst auch selber, du kriegst den ganzen Schaden, Ente. Das ist gar nicht gut. Wir müssen hier schnell irgendwo hinbringen. Ja, Mann, das soll ja nicht aufhören. Warte, Leute, ich muss hier schnell von Blöcke nach oben machen, damit ich hier gleich hochfahren kann. So, das ist ganz wichtig. Einfach, ich habe doch ein halbes Herz. Du hast ein halbes Herz? Nein. Ja, es ist ein Gift, Ente. Hast du hier irgendwo in deiner Küche noch Healpotions oder so? Ich muss hier kurz ein bisschen helfen, so schnell versorgen. Nein, ich habe gar nichts mehr, glaube ich. Doch, du hast irgendwo einen Erste-Hilfe-Kasten. Warte, ich hole ihn schnell. Der muss hier irgendwo sein. So, ich such den. Ah, hier sind wir. Ich habe zwei Stücke gefunden, Ente. Hier, schnell, nimm das. Ich glaube, das kann dir helfen, Kumpel. Du musst, glaube ich, rechts kickdrücken, Ente. Mach das mal. Und? Okay, ich muss schnell meinen Wagen holen. Wir haben gar keine Zeit. Ich muss mich beeilen. Ja, meinte, schnell, bitte. Ja, ich laufe, Ente. Warte, warte, ich hole den. So, Leute, hier habe ich den, glaube ich. Da sollte Ente reinpassen. Ich glaube, da ist sicher genug und da ist genug Platz. Da kann er sich schon bequem hinsetzen. So, ich muss mich beeilen, Leute. Ich habe keine Zeit. Und fahren, Ente, muss ich auch noch mal, glaube ich. So, aber erst mal durch hier. So, es funktioniert. So, wir müssen weiter sofort. Ich hoffe, ich kann jetzt gleich hochfahren bei meinen Blöcken, die ich da platziert habe. Weil manchmal geht das irgendwie nicht. Und passe ich überhaupt durch? Ente, ich bin schon da, Ente, Ente. Hilfe. Ich habe dich gleich. Warte, ich glaube, ich kann hier hochfahren, oder? Nein. Machst du mal eine Mauer kaputt? Ist doch egal, die Mauer. Es geht um dich jetzt. Wir müssen doch schnell kurz Blöcke abbauen, irgendwelche. Ich bin gleich da. Keine Angst, Ente, keine Angst. So, jetzt, aber sollte es gehen. Hilfe. So, also, und ich kann hier, glaube ich, rüberfahren. Endlich. Komm, Kumpel, steig ein. Warte, ich... Ah, das hat geklappt. Perfekt. Und jetzt schnell wieder hoch, ihr Leute. Bitte schaffe ich das irgendwie. Ja, es hat funktioniert. Nice. Was ist das für ein super Auto? Bitte mach keinen Unfall. Ja, ich mach keinen Unfall. Alles gut, ich weiß nicht. Ja, hier. So, let's go. Wir müssen schnell zum Krankenhaus. Wo ist es nochmal? Im Schnellen Navigator. Zack. Hier lang, hier lang. Wir sind fast dahinter. Warte, ich bleibe ich. Du musst mich retten, Alpha. Und wir sind, glaube ich, schon dahinter. Wir warten, glaube ich, schon mal. Aber diesmal muss ich nicht... Es tut so weh, Mann. Nein, warte, warte. Bleibt mir kurz zum Auto. Ich hole schnell einen Wagen, damit ihr rüberfahren kannst. So, Leute, ich muss den Schnellen irgendwo finden. So, wo sind die Angestellten? Ja. Ich kann aber noch Autofahren. Hä? Das Krankenhaus ist komplett leer. Das kann nicht sein. Alpha, schau, wenn ich kein Autofahren. Aber dein anderes Bein tut doch weh. Hälte, auf damit. Ich glaube, du kannst nicht mehr bremsen. Pass auf. Oh, nein, 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 nein. Hälte, dein anderes Bein brauchst du für die Kupplung. Hälte, bleib. Oh, nein, Hälte, was ist mit dir passiert? Warum bist du einfach weitergefahren? Hälte, ich bin gegen die Fahrt gefahren. Jetzt ist es so noch schnell. Ja, warum bist du Auto gefahren? Was soll das? Ich dachte, das wäre lustig, aber das war's nicht. Hälte, was ist für lustig? Du musst dich schnell retten, Mann, Leute. Dann geht's gar nicht gut. So, ich brauche hier. Ah, hier. Hier habe ich so einen Wagen, so den nehme ich jetzt mit. Und ich bringe ihn zur Ente, dann kann sich Ente endlich auch bewegen. So, und zack, Ente, du musst dich da draufsetzen. Los, damit kannst du fahren. Ja, warte, ich probiere es. Und ja, ich bin da. Und jetzt? Warte, ich kann es mit meiner Hand steuern, oder? Ja, es sollte klappen. Ja, es funktioniert. Also, du kannst dich bewegen. Nice, nice, nice. So, Doktor, wo ist der Doktor? Hallo? Hallo, wo ist der? Äh, Ente. Was denn? Irgendwie ist hier gerade keiner da. Ich weiß nicht, warum. So, ich habe alles freigebaut. Ente, los, geh weiter, geh weiter. So, jetzt ist jetzt alles frei. Äh, wo soll ich hin, Alter? Äh, Ente, ey, dich da drauf. Ah! Hä, was soll ich denn machen hier? Du musst dich da drauflegen, Ente, los. Fahr da irgendwie hoch oder so. Ich weiß nicht. Äh, aber es ist doch gar kein Doktor da. Oh, der kommt gleich bestimmt. Ente, los, schau raus. So, leg dich da hin. Los, los, los. Mein Tupel ist schon richtig. So, und den Wagi, den können wir erstmal wegbringen. Zack, den brauchen wir gerade nicht. So, Ente, bleib da liegen. Alles gut. Wir werden dich schon retten. So, so, so. Ja, ja, ich bleib da liegen. Mal, aber was? Ja, warte, ich gucke schon, wo der Doktor ist. Moment, da muss bestimmt irgendwo im Haus sein. Oh, ich hoffe, die sind gerade nicht im Außendienst oder so. Die müssen eigentlich hier sein. Äh, eigentlich. Ente. Ja, was jetzt? Ich gehe doch mal in die allerhöchste Etage. Vielleicht ist der hier. Nein. Ente, ich glaube, ich habe keine guten Neuigkeiten für dich. Hä, wieso? Hier ist gerade niemand da. Ich glaube, ich muss dir helfen jetzt. Persönlich. Oh nein, bitte, Hilfe. Einfach nein. Ente, wir brauchen schöne Notversorgung. Die haben bestimmt noch Sachen, mit denen ich dir helfen kann. Moment. Ich mag deine Hilfe nicht. Doch, Ente, ich muss dir helfen. So, was ist das für ein Gerät? Können wir dich warten? Ähm, ich glaube, das ist ein anderes Gerät. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Hä, was machst du da oben? Ich habe irgendeine Schere oder irgendein Messer. Äh, Ente. Nein, 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 nein. Ich habe Angst. Oder eine Spritze. Soll ich hier erstmal eine Spritze geben? Los, weg hier. Ente, bleib liegen. Sofort. So, warte, ich muss mir erstmal dein Bild hier angucken. Sieht alles gut aus, glaube ich. Okay, warte, wir nehmen hier erstmal ein Mad-Kit, glaube ich. So, habt ihr das Mad-Kit bereit? Ente, los. Nimm das hier los. Oh nein, Alter. Hier, los, 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 los. Bitte, das ist schlimmer. Oh, was, das ist wirklich echt schlimmer, ey. Du kriegst den ganzen Schaden, Ente, das ist gar nicht gut. Los. Das hilft nicht richtig. Das konnte das gar nicht gut. Wie, was brauchen wir denn sonst? Was hilft denn, Minecraft? Ich glaube, man braucht nur mal ein Milchbucket, oder? Damit man die Effekte alle wegkriegt. So, wo ist hier was? Hier. Ja, ich muss. Ich habe das wirklich hilflich. So, wir sind im Minecraft, Ente, das muss dir helfen. So, nimm hier den Milchbucket. Los, Ente. Oder vielleicht auch hier Heal-Potions, habe ich gesehen. Was, du meinst, kriegst du den? So, ich werfe noch das auf dich. Zack. Und? Hä? Ente. Ja. Dann gibt es, glaube ich, weg. Nice. Ja, Mann, ich fühle mich schon viel besser. Aber was ist mit deinem Bein? Tut dein Bein immer noch weh? Warte mal, ich brühe ganz vorsichtig. Und? Au. Okay, okay, es tut immer noch weh, Leute. Wir müssen immer noch was machen. Aber wir haben Ente auf jeden Fall schon mal viel geholfen. So. Danke, Mann. Aber du musst mir doch weiterhelfen. Aber wie, ich will kein Dock, Ente. Keine Ahnung, ich habe mir noch Heal-Potions. Was habe ich noch? Gib dir Mühe. Warte mal, ich werfe einfach mal Heal-Potions. Bring die was. Du bist irgendwo erschiet. Ja, hey, mir geht es ein bisschen besser, aber nicht perfekt. Nur ein bisschen, sagst du. Oh, Mann, Leute, was soll ich denn sonst machen? Ja, keine Ahnung. Wir helfen. Ja, ich suche schon weiter. Vielleicht finde ich hier noch irgendwo was. Haben die hier vielleicht irgendwo eine Akte oder so, wo irgendwas steht, was ich machen kann? Oder vielleicht... Kugel doch einfach. Ja, warte, ich gucke hier in den Zimmern oben. Vielleicht haben die hier noch Sachen übrig. Oh, was habe ich denn hier gefunden, Leute? Guck mal, das sind richtig viele Heal-Items, glaube ich, so nice. Und hier ist auch, glaube ich, so eine Wunderspritze. Let's go. Die nenne ich mir auch mit. Ähm, Ente, ich habe nichts gesagt. Hä, Spritze, was redest du da? Nein, bitte nicht, Alter. Bitte, tust du nicht. Also, ich glaube, das muss an die Lidl und die Schmerzen. Nein, ich habe nichts davon. Okay, dann machen wir jetzt zum Schluss. Okay, erstmal hier noch die Potions. Trink die erstmal. Wenn die nix bringen, dann müssen wir halt zum Schluss die Spritze machen. So, trink erstmal das. Irgendein Heal-Ton ist das. Ja, ja, ja. Dann nehme ich auch das auf dich. Das. So, guck mal, dass wir uns doch hier schon richtig viel bringen, oder? Guck mal, wie viel Heal-Potion hier ist. So, nice. Ja, ich kann schon wieder aufstehen. Und... Es geht immer noch nicht. Oh, Mann, ich habe noch ein Mad-Kit für dich. Noch ein Heal-Potion. Zack. Hier noch so ein High-Block. Vielleicht kannst du den auch benutzen. Ich weiß nicht. Vielleicht hat der deine Herzen. So, ähm, warum platzierst du den? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Mann. Der bringt mir nichts. So, dann noch einmal das hier. Aber, äh, sonst habe ich halt wirklich nichts mehr. Die Milka habe ich dir schon gegeben. Hä, wie? Du hast nichts mehr, dein Herz? Ja, aber die Heal-Potions sind auch lees. Auch nichts mehr. Ich habe nur noch die Spritze. Ich glaube, ich muss die probieren. Nein, die Mad-Kit ist nicht mehr. Äh, ich komme jetzt in deine Nähe. Moment. Hilfe. Nein, 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 nein. Nein. Und ein Piekser. Let's go, Ente. Oha, Mann, ich kann wieder. Hä? Schlafs, Ente, wirklich? Soll ich dir noch eine zweite Spritze nehmen, Ente? Hä? Was ist denn hier passiert, Ente? Nein. Ich wollte dir noch eine zweite Spritze geben, aber... Oha, ich bin viel größer geworden. Ähm, Leute, ich glaube, ich muss schon abhauen. Du musst hier raus, Mann. Ich stecke im Dach fest. Ich glaube, ich bin doch kein Doktor. Da hinten ist Ente. Seht ihr den? Oh, nein. Hilfe, Alfa, ich stecke im Haufen fest. Also, ich habe nichts damit zu tun, wirklich, ey. Mann, ich helfe dir raus. Komm, Ente, du schaust das irgendwie. Ich bin ein Riese. Los, du kommst hier durch. Komm hier rüber. Äh, Wente. Ja? Ich kann euch alles erklären, okay? Komm her. Nein, Leute, ich muss schnell weg hier. Ich muss schnell die Stadt verlassen. Nein, Leute, lasst ein Like, lasst ein Abo, das ist schon mal vorbei. Und dann würde ich sagen, Tschüss. Ciao.